. . . . . . . Jetzt geht es wieder um die Leute. Kannst du nicht immer so allein sein? Ist es komisch? Was für eine Knoche? Ein Grosser. Ich konnte nicht sagen, von was. Aber du weisst ja, was man im Dorf so erzählt. Wie der Herr kommt, du so schmuddelig. Nein, also so läuft man nicht rum. Er könnte z.B. von einem Urtier oder von einem Urmenschen sein. Wie soll es denn sonst passiert sein? So wahnsinnig krank ist seine Klara also auch nicht gewesen. Wärme. 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 Jetzt geht es nicht. Bis zum nächsten Mal.